Freie Wähler Landtagsfraktion. Unsere Abgeordneten spenden ihre Diätenerhöhung. Grüß Gott miteinander. Mein Name ist Joachim Hanisch. Ich bin stellvertretender Fraktionsvorsitzender und kommunalpolitischer Sprecher der Freien Wähler Landtagsfraktion. Corona hat viele unserer Vereine hart getroffen. Denn auch bei uns daheim in der Oberpfalz leben Vereine von der Geselligkeit, von Nähe und dem direkten Austausch der Menschen. Das alles ist in diesen Wochen nur sehr eingeschränkt möglich. Mit meiner Spende, die aus der Diätenerhöhung in diesem Jahr stammt, unterstütze ich daher den volks- und gebirgstrachtenfreien Enzian. Ein wunderschönes Stück Heimat mit fast 100-jähriger Tradition im Bruck in der Oberpfalz. Und auch für Pflege und Erhalt von Umwelt und Natur möchte ich etwas tun. Gerne habe ich deshalb an den Naturpark Vorderer Bayerischer Wald gespendet. Respekt vor Eurer ehrenamtlichen Leistung und vielen Dank für Eure Arbeit. Wir helfen Menschen, die wegen Corona in Not sind. Freie Wähler Landtagsfraktion Walde Untertitelung des ZDF, 2020